Zwei von euch, ihr Süßen, spielen jetzt eine Szene in abwechselnd gesprochenen kurzen Sätzen und der erste Buchstabe des Satzes muss in der jeweils richtigen Alphabet schon rein vorgestehen. Also der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter und so fort und es spielen Carolin und Max. Dafür brauche ich jetzt erstmal von Ihnen, meine Damen und Herren, ein Haustier. Ein Hund, ein Fisch, ein was? Ein Nährschweinchen, ein Schinziller. Was hatten Sie? Ein Papagei. Nein, ein Papagei. Kabelion ist auch sehr, sehr hübsch, das nehme ich zu. Ich würde jetzt mal den Papagei nehmen von der Dame da oben und zwar, hier spricht jetzt eine Liebesszene, bei der der Papagei eine zentrale Rolle spielt. Ja und vergesst nicht das Alphabet, ihr Lieben. Und am Ende müsst ihr ja sogar drei Rollen spielen, wenn ich den Papagei dazu zähle. Abend, mein Liebling. Bist du schon da? Christine, ich bin so verrückt nach dir. Detlef. Es ist zu still hier im Raum. Fast könnte man eine Stecknadel fallen hören. Geht's dir gut, Papagei? Hat er sich wehgetan? Ich weiß es nicht. Ja, aber schade wär's ja, wenn er hin wär. Kannst du Mund-zu-Mund-Beatmung? Ähm, leg mal hin. Genau. Ähm, ja. Mir macht das ja nichts aus. Nee. Nee, ist klar. Oh! Ähm, ähm, riech, ähm... Papagei? Ähm... Kassel doch mal was. Hm! Hey. Richtig im Stand sieht er nicht mehr aus. Soll ich mal den Tierarzt anrufen? Tu das. Unentwegt besetzt. Verdammt! Was machen wir denn jetzt? Vögelchen. Ich kratze mal ab. Was machst du denn da? Wir sind in der Schleife. Ja, das X wäre jetzt dran. Xanten wäre ein schöner Ort, um ihn zu begraben. Yo! Zu schade um das Abend. Das war voll geil. Voll geil. Ja, das ist geil. Wir waren wirklich in so einer kleinen Zeitschleife. Wir hätten ewig das VW machen können. VW, VW, VW. Ja, das ist von VW gesponsert. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Seien Sie nicht traurig, wir sind gleich wieder da. Ja, da kommt Freude auf, gell? Ja! 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 Ja!